Darauf warte ich am meisten immer, wenn ich hier herkomme, auf deine Ansprachen. Aber es ist auch so ein Spagat generell in meinem Leben. Diese Heartbreak-Sachen und natürlich dieser Party-Lifestyle. Mein Kopf kann sich nicht entscheiden. Das ist immer noch so ein Konflikt in meinem Kopf. Irgendwann beleidigen mich alle, weil ich so... Die denken sich, der Wexler, der guckt sich das immer an und lacht über uns. Und jetzt ficken wir den. Irgendwann wird sowas bestimmt kommen. Der hat ja Maßlos übertrieben. Ich dachte, das hat er nicht gesagt. Und wieder zurückgespult. Wenn das angehört, wird bestimmt eine krasse Antwort kommen. Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast hat zu viele Jahre auf den Straßen verloren. Heute ist weißer Rauch in seiner Suite und seit ein paar Jahren wird er nur durch Kurbesteaks satt. Das hätte er niemals geschafft mit einem Plan B, denn heute macht er Money mit Geschichten von Heartbreaks. Der R&B Don 40 ist bei uns. Hallo. Wow, wieder wie man dich kennt einfach. Darauf warte ich am meisten immer, wenn ich hier herkomme, auf deine Ansprachen. Was geht ab, freut mich. Geht's dir gut, mein Lieber? Mir geht's gut. Sehr schön. Fresh ist aus. Danke dir, du auch? Danke, danke. Ich gebe mir Mühe. Ich muss ja ein bisschen mich anpassen an meine Gäste immer, weißt du? Stimmt. Hättest du mich heute Morgen gesehen, hätte er es ganz anders ausgesehen. Du bist immer fresh. Das letzte Mal zum Interview, wir haben es ja schon ein paar Mal dazwischen jetzt gesehen, so Hokus-Pokus-Festival, auf eurer Tour und so. Und das letzte Mal zum Interview warst du aber tatsächlich zu deinem ersten Album hier. Mittlerweile hast du drei Alben, ein Kollabo-Album und jetzt ein neues Tape tatsächlich am Start. Und einer der Songs klingt so. Noch mal kurz zur Einordnung, weil, wie gesagt, das ist ein bisschen länger her jetzt. Du bist 95er Baujahr, aufgewachsen in einem wunderschönen kleinen Altchen namens Winterbach in der Nähe von Stuttgart. Hast 2014 angefangen, Mucca rauszubringen, glaube ich. Ist jetzt auch fast schon zehn Jahre her, habe ich gesagt. Noch unter allen Namen natürlich noch. Dann 2017, glaube ich, wurde PA auf dich aufmerksam. Dann gab es eine kleine Kennenlernphase über so zwei Jahre oder so. Und es gab auch schon mal einen Deal, aber ich glaube 2019 hast du dann deine erste offizielle Single rausgebracht als Fordi. Und hast bei Life is Pain gesigned und drobst seit knapp, glaube ich, also zumindest mein letzter Stand war 2020, jeden Monat fast eine Single. Oder zumindest Mucca raus, auf Features oder was anderem. Und ich habe dich immer schon als fleißigen Jungen erlebt quasi. Und beim letzten Mal hatten wir auch das Thema. Wie viele Monate könntest du theoretisch noch Mucca rausbringen, Stand jetzt, mit den Songs, die jetzt schon fertig sind? Jetzt zum ersten Mal, glaube ich, nicht mehr so viele, weil jetzt habe ich ein bisschen gechillt die letzten Monate, weil ich musste mal ein bisschen rauskommen aus dem ganzen Ding. Und das Mixtape ist praktisch jetzt das letzte gebündelte, also klar, ich habe noch so Ausschusssongs, aber die bringe ich ja nicht raus. Ich habe jetzt die letzten guten, die ich habe gebündelt auf einen und danach habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nichts Neues. Also ich fange jetzt wieder an, nächste Woche erst. Okay, krass. Weil ich zu viel gemacht habe in den letzten Jahren, jetzt will ich auch wieder was ganz anderes machen, glaube ich. Okay, interesting. Also nach dem Mixtape kommt noch mal ein bisschen ein anderer vor, die, glaube ich, zum ersten Mal. Auch ein neuer, frischeres vor dir auch. Also ich habe es auf jeden Fall vor, es ist noch nicht gemacht worden, aber ich will ein bisschen irgendwie was anderes machen jetzt. Aber hast du schon eine Vorstellung oder sagst du einfach nur, ich würde nicht gerne mal, wie jetzt in der letzten Zeit es war? Nee, ich habe schon eigentlich eine genaue Vorstellung. Also ich kann so ein bisschen, kann ich sagen, es wird auf jeden Fall ein bisschen elektronischer wieder. Aber ich glaube noch ein bisschen mehr wie sonst. Okay. Ist auf jeden Fall der Plan. Mal gucken, ob ich es auch, man weiß ja nie, nachher ist es im Studio und dann macht man doch irgendwie was anderes. Aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Okay. Bisschen abgespaced. Interesting. Okay. Du hast erzählt, beziehungsweise gerade eben gesagt, es ist kein Album, sondern es ist ein Tape, es ist ein Mixtape. Warum Mixtape? Kein Album? Oder warum nicht nur Singles? Ja, es hat irgendwie keinen roten Faden, so durchgängig ist es eher so geteilt, Hälfte, Hälfte. Die erste Hälfte ist ein bisschen härter und Trap-lastiger und die zweite ist eher so Love-Song-mäßig, deswegen auch dieses Love is for Sale. Der erste Teil ist mehr der Sale-Teil, der zweite ist der Love-Teil und irgendwie klingt es für mich mehr wie ein Mixtape, weil es mehr gerappt wird und so. Und irgendwie ist es für mich, so ein Fordy-Album klingt irgendwie anders für mich, deswegen ist es eher so ein Mixtape für mich. Okay, 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 okay. Interessant. Wie stehst du zu folgender These? Den Leuten ist es eigentlich egal, ob es Mixtape, Tape, EP oder Album heißt, aber als Künstler muss man sich bei einem Mixtape oder Tape oder einer EP nicht so anstrengen wie bei einem Album. Ich weiß gar nicht, ob man sich nicht so anstrengen muss, würde ich gar nicht sagen, aber man muss sich nicht so Gedanken machen über den Faden und über die zusammen, dass die Songs so zusammenpassen. Und ich glaube, den Leuten ist es sowieso egal, die hören sich meistens sowieso nur die Singles an. Ich glaube, man macht es auch oft für sich selber oder für die paar, keine Ahnung, ich weiß nicht mal selber, wie viele es sind, also ein paar tausend Leute, die halt auch die Alben, also die EPs wirklich hören und die Songs. Aber man sieht ja später an den Zahlen auch, die Album-Songs oder die EP-Songs, die haben viel weniger natürlich wie die Singles. Eigentlich ist es wahrscheinlich Quatsch, aber ich liebe das immer noch von früher. Ich habe gesehen, bei einer Writing-Session mit dem Newcomer, da warst du auch am Start, so als Mentor und da hast du, als ihr euch die Beats angehört habt, hast du quasi die Melodien so ins Handy eingesprochen, in die Sprachmemos und so, weil du so arbeitest. Wie viele Sprachmemos sind auf deinem Handy jetzt aktuell von so Songs drauf? Kann ich mal gucken, also es sind bestimmt viele. Ich schaue jetzt mal hier live rein. Man steht da gar keine Zahl genau dran, aber du kannst es ja schon sehen, es ist auf jeden Fall... Okay, das sind tatsächlich alles Off-Sessions. Es ist eigentlich das meiste müsste, eigentlich mache ich ja sonst hier keinen, ja doch, hier stehen ja manchmal auch die Beats noch dran und so und die Straßennamen oder so. Das sind auf jeden Fall viele, aber es sind natürlich auch viele Alte, es gibt nicht... Straßennamen, sondern dann, wo das Studio ist, damit du das einordnen kannst. Ja, aber das wird automatisch irgendwie so gespeichert nach Standort. Ah, okay, okay. Hier ist Blackrock oder keine Ahnung, manchmal habe ich auch irgendwie nur Flow-Melodien oder so. Das auch. Hast du noch den Tutsch von einem deiner letzten Singles? Weißt du die? So eine Sprachnotiz? Oh, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich mal in Ruhe raussuchen. Wie die sich anhört? Bestimmt. Ich kann mal später gucken, vielleicht kann man es noch reinschneiden. Ich weiß gar nicht. Ich... Bestimmt finde ich da irgendwas. Bestimmt, bestimmt. Okay, wir gucken mal. Behind the Scenes war ja dein letztes Album und das war ja schon ein Tick persönlicher. Ja. Inwieweit ist jetzt Love is for Sale, das Tape, so eine Fortführung davon oder inwieweit bist du jetzt auch ein bisschen persönlicher quasi auf Love is for Sale? Ich glaube, das ist eher so ein, weil KWA habe ich ja danach gemacht mit Jamule und es hat eigentlich eher da so angeschlossen an dem KWA-Vide, genau, an dem Vibe, aber am Ende bin ich dann wieder ein bisschen zurück zu ein bisschen persönlicheren Songs. Deswegen ist es ja auch so ein Mix, deswegen passt es nicht so für ein Album, es ist so ein Zwischending, so zwischen dem einen Style und dem anderen und deswegen ist es so ein Mix einfach irgendwie aus beiden. Es fängt ein bisschen asozial an und danach wird es ein bisschen süßer wieder hinten raus. Bisschen süßer. Wieder gut machen am Ende. Auch süß angelehnt hinten raus. Sehr gut. Du hast gesagt, es ist so ein Mix von beidem und du hast, wie gesagt, diese klassischen Heartbreak-Geschichten, aber dann natürlich auch den Party-Lifestyle und Flexen. Und auf deinem ersten Single as 40 rappst du noch folgendes. Das war Aperitiv? Ja. Was sind denn die Ziele, die anderen, außer die Patrick Philipp? Ja, natürlich, dass man irgendwie, eigentlich ist das Ziel bei mir immer gewesen, dass ich ein schönes Haus habe, mit einem Garten, mit einer Frau, mit einem schönen Pool, mit dem ganzen Zeug, den Standard Schwäbisch Hall. Ist das nicht Schwäbisch Hall? Der Häuschenbohrn oder so. Der Häuschenbohrn-Lifestyle. Aber natürlich verändert sich das auch über die Jahre. Manchmal ist es dann doch die Patrick Philipp zwischendurch vielleicht mal oder doch mal was anderes, aber ich glaube, so vom Grundding ist es immer noch das Ziel irgendwann. Okay. Ist natürlich, je nachdem, ich meine, ich kenne jetzt nicht deine Einnahmen, aber natürlich zum Teil macht man vielleicht ein bisschen Pause, wenn man den ersten 50K da von 20K in Mailand ausgibt. Aber jetzt hängst du natürlich auch mit Jamuno und PA ab, die jetzt auch nicht unbedingt die größten Sparfüchse sind. Was war denn so dein teuerster Kauf in der letzten Zeit? Also in letzter Zeit bin ich richtig sparsam unterwegs eigentlich. Ja, ich gebe gar nicht mehr so viel Geld aus. Klar, ab und zu mal gibt man auch Geld für irgendeinen Dreck aus, aber was habe ich denn teures gekauft? Ich muss überlegen, ich weiß gar nicht. Ich kaufe mir manchmal so Celine-Trainingsanzüge, die teuer sind, die kosten 3000 oder so ein Trainingsanzug, sowas mache ich manchmal. Aber eigentlich eher Klamotten. Uhren habe ich, ein, zwei, drei Uhren habe ich, aber jetzt auch nicht, habe ich auch ziemlich am Anfang gekauft. In letzter Zeit nicht mehr so viel. Aber dass du jetzt wie PA irgendwie so einen sechsstelligen Betrag für einen Listenwagen ausgibst? Naja, das habe ich nicht gemacht. Ich mache gerade Führerschein, dann würde ich mir einen schönen Porsche holen auf jeden Fall. Aber auch für Leasing. Klar. Schön kann man absetzen, schön. Stimmt, stimmt. Aber sonst, ich versuche ein bisschen sparsamer zu sein in letzter Zeit. Okay. Weil auch irgendwie, keine Ahnung, man kann jetzt nicht zehn Jahre auch über den Scheiß da machen. Das bringt auch irgendwie nichts. Das weiß ja jeder. Wir verdienen ein bisschen Geld mit Musik und so. Man hat es jetzt auch darüber gerappt, hundertmal. Das ist auch nichts Neues mehr irgendwie. Ich glaube, auf dem Mixtape hier ist jetzt erstmal zum letzten Mal, dass du ein bisschen diese Baller-Songs da drauf suchst. Ich glaube, in Zukunft wird es nicht mehr so viel davon kommen. Ja, ich habe mit mehreren Leuten auch darüber gesprochen. Das ist natürlich immer schön. Das macht natürlich auch erstmal so ein, ne? Also es gibt ja einem was zurück. Auch biochemisch einfach, um ein bisschen Endorphine auszuschüttet werden und so weiter und so fort. Belohnungssystem. Aber es hält halt nicht lange an. Ich glaube, wenn man das halt eine Zeit lang hat, dann ist irgendwann auch halt der, das hält halt nicht so lange. Deswegen glaube ich, ist es dann nicht verkehrt. Aber dafür muss man es auch einfach gehabt haben, glaube ich. Genau. Ich kaufe mir immer noch gerne Schuhe oder Sneakers oder irgendwelche freshen Sachen, wenn ich das sehe. Aber es ist jetzt nicht mehr so mein Hauptding, dass ich da meinen ganzen Einnahmen für so einen Scheiß ausgebe. Vielleicht ist es auch, weil ich mehr verdiene wie vor zwei, drei Jahren noch oder so. Dass es dann nicht mehr so auffällt, wenn ich das ausgebe. Aber damals habe ich wirklich, wie du sagst, 20 von 50 ausgegeben. Ohne, da musst du ja noch Steuern zahlen und so. Das ist bescheuert halt. Das mache ich auf keinen Fall mehr. Ja, jung und wild. Wir kommen ein bisschen zu deinen Songs. Du knüpft ein bisschen an Behind-the-Scenes an. Dein letztes Solo-Album. Aber jetzt auch bei Love is for Sale habe ich es auch so ein bisschen rausgehört. Du lebst ja aktuell, korrigiere mich, mit gutem Recht wahrscheinlich ein Single-Live. Auch ein gutes Single-Live. Hattest du ja aber, als es losging mit Fordi und dem ganzen Hype, noch eine Freundin quasi. Oder warst du in einer Beziehung. Und da handeln ja auch noch ein, zwei Songs von Behind-the-Scenes davon. Ich glaube, Winterbach Freestyle und Lift-Off, so hast du auch mal erzählt. Wie immer gut informiert. Kam da jemals ein Feedback, habe ich mich gefragt, ehrlich gesagt. Das finde ich mir immer interessant, wenn du halt so Songs hast über eine bestimmte Person oder an eine bestimmte Person, die das ja vielleicht in irgendeiner Form mitkriegt, weil du jetzt auch kein unbekannter Mensch mehr bist. Ob da in irgendeiner Form dann über Ecken Feedback zu dir kam oder nicht? Tatsächlich, ja. Ich habe auch mit der Person immer noch Kontakt. Mal mehr, mal weniger ist es immer ein bisschen schwierig bei uns. Aber die hat das auf jeden Fall gehört. Die hört sehr wenig meine Musik, weil sie das so ein bisschen, sie hat negative Erfahrungen, sie assoziiert es eher mit negativen Sachen, weil dann natürlich auch manchmal irgendeine Scheiße passiert ist in der Vergangenheit. Aber das hat sie auf jeden Fall mitbekommen. Irgendeine Freundin hat sie gezeigt, hat sie mir das letzte Mal erzählt. Okay. Also die bekommt es schon so ein bisschen mit. Okay. Aber von diesen Songs jetzt speziell, wo es um dieses Heartbreak geht, weil da hört man zumindest als Hörer schon raus, dass da eine gewisse Wehmut so mitschwingt so. Und jetzt auch auf den neueren Songs. Also kommt das positiv, kommt das negativ an bei ihr? Das ist ja auch immer die Frage so. Das ist sehr schwer zu lesen bei ihr, ob das positiv oder negativ ist. Wahrscheinlich, positiv ist bestimmt, dass ich mir Gedanken drüber mache und so, dass ich das mache. Dann merkt sie so, dass mir was bedeutet und so. Aber ja, es kommt ja auch darauf an. Manchmal erzähle ich auch nicht nur positive Sachen. Das kommt wahrscheinlich nicht immer so gut an. Ja, ja. Ich meine jetzt speziell diese Heartbreak-Geschichten. Wie gesagt, wenn es dir zu nahe geht, Sachen sind, bitte Bescheid. Nein, nein, alles gut. Das interessiert mich nur, weil das ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen auch, und weil du auch ein, zwei Sachen drüber gesprochen hast, bei Behind the Scenes jetzt diese Thematiken waren und jetzt auch, weil das schon so eine gewisse Ambivalenz natürlich ist. Auf jeden Fall, ja. Zu Kids mit Attitude-Vibe zum Beispiel. Und das macht natürlich als Vorjahr, als Person an sich ja immer eine gewisse, man ist nicht nur eins, weißt du? Genau. Da schlagen ja in der Regel mehrere Herzen in einer Brust, wenn man es so formulieren möchte. Und auch auf dem neuen Album ist mir, wie gesagt, aufgefallen, dass es da so ein paar Momente gab. Und ich habe mich gefragt, in welchen Momenten kommen solche Ideen für Songs? Die kommen eigentlich meistens, wenn ich irgendwo alleine zu Hause bin. Also ich schreibe auch viel von den Songs. Wenn ich Songs zu Hause schreibe, schreibe ich solche Songs zu Hause. Also die Parts, meistens dann auf irgendwelche YouTube-Beats und so. Es geht eigentlich nur um die Lyrics, den Rest mache ich dann im Studio mit Checker. Aber wenn ich neben ihm bin, kann ich irgendwie so Sachen nicht so gut persönlich formulieren. Das ist irgendwie nicht unangenehm, aber so ein bisschen, keine Ahnung, man erzählt mir jetzt nicht so krasse Details, die ich manchmal wie in den Songs erzähle. Und das mache ich dann eher alleine. Aber es ist auch so ein Spagat generell in meinem Leben. Diese Heartbreak-Sachen und natürlich diese Party-Lifestyle. Ich kann mich manchmal, oder mein Kopf kann sich nicht entscheiden, so rechts, links. Manchmal laufe ich geradeaus, manchmal laufe ich kurz rechts, manchmal links. Manchmal bleibst du stehen. Manchmal bleibe ich stehen, manchmal laufe ich auch zurück. Und ja, das ist immer noch so ein Konflikt in meinem Kopf, deswegen entstehen ja immer so Songs. Ja, okay. Jetzt heißt dann Mixtape, Love is for Sale. Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, warum du den Titel gewählt hast. Klassische Frage wäre quasi, wie hoch ist der Preis? Wie hoch ist der Preis? Das ist ja bei jedem anders. Bei manchen ist er niedriger, bei manchen höher. Auf den Club-Shows ist er bestimmt mal niedriger. Im echten Leben ist er bestimmt mal teurer. Ja, aber vor allem, wie teuer ist der Liebe? Ja, genau. Ja, eigentlich ist es ja eher so ein zweideutiger Satz. So ein bisschen wie immer die Alben eigentlich bei mir die Titel sind. Man kann irgendwie auch sagen, also Liebe ist ja natürlich nicht käuflich, aber in unserer Welt ist sie halt manchmal auch käuflich, wo wir uns bewegen. Oder es kommt zumindest so rüber, wenn man ein bisschen Geld verdient oder ein bisschen Musik und ein bisschen bekannter ist oder so, dann ist es auch ein bisschen käuflich, wenn man will. Trägt man so eine Portion Liebe vielleicht für einen kurzen Moment. Genau, das ist so damit eher so ein bisschen gemeint. Es ist so gemeint, einen auf, ich glaube jetzt wirklich Liebe ist käuflich so, aber eigentlich weiß ich natürlich, dass es nicht so ist. Bisschen kompliziert erklärt, aber vielleicht verstehst du es. Ich glaube, die Leute brauen so ein Pein, auch so. Dann noch kurz angeschlossen, wem gehören die Hände auf dem Cover? Das ist sehr unromantisch. Bei mir ist es normal immer sehr persönlich und jedes Cover von den Single-Cover ist auch ein echtes Bild. Das ist das Einzige, was nicht echt ist, das ist von einem Handmodel tatsächlich. Weil wir haben keinen gefunden, die Abgabe natürlich wieder voll verpeilt. Und dann hat irgendwie, habe ich zu Max gesagt, also unser Label-Arbeiter, wir brauchen ein Mädchen, der sich jetzt schnell die Fingernägel macht mit diesem Love on Sale. Und ich habe noch ein paar Mädels gefragt, aber keiner hat jetzt da Bock, das auch zu machen und so schnell zu machen, samstags und so. Dann haben wir das schnell organisiert. Okay, interesting. Kommen wir zum anderen Thema, was bei dir einfach auch seit einiger Zeit, glaube ich, einfach mehr oder weniger präsent ist, auf jeden Fall auf dich begleitet. Und du hast auch in einem deiner der letzten Interviews gesagt, dass du immer noch mit, beziehungsweise Panikattacken einfach immer noch ein Teil von deinem Leben sind. Und zur Einordnung, ganz kurz für Leute, die es irgendwie gar nicht mitbekommen haben, so hat es der, glaube ich, so 16, 17, hat es mal quasi bei einem Joint, da kam eine so, wo es dann das erste Mal quasi so war. Die wurde dann irgendwann wieder okay an dem Tag, dann kam es aber irgendwie täglich immer mal wieder. Und ging so weit, bis du dann quasi eine Zeit lang kurzzeitig in der Psychiatrie warst, auch einfach so. Und dann mit Antidepressiva und so weiter hat man das irgendwie wieder in den Griff bekommen. In der Zeit ist auch das Studio entstanden in deinem Keller, hast du angefangen zu schreiben und so weiter und so fort. Das hat auch positive Effekte gehabt. Und seitdem hast du es so im Griff, aber du sagst schon, es gibt immer noch so Momente, wo das teilweise getriggert wird. Und ich meine, das Interview ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich es gehört habe, deswegen meine Frage wäre, wie der Stand jetzt ist aktuell. Ja, also jetzt ist eigentlich, es kann sich wirklich wöchentlich oder täglich ändern. Es ist nur eine kleine Panikattacke, kann das dann natürlich für die nächsten Tage komplett wieder verändern. Aber gerade ist es eigentlich relativ gut, weil ich gerade irgendwie so gestresst bin, dass mein Körper gar keine Zeit dafür findet, habe ich das Gefühl. Aber ja, es ist eigentlich gerade, es ist in Ordnung, aber es kann immer passieren. Also ich habe das eigentlich jeden Tag ein bisschen. Ach krass. Auch wenn ich jetzt, ich war vorher im Auto, aber wenn es so etwas klein ist, dann sage ich das nicht mal. Dann werde ich so ein bisschen nervös oder meine Hände kribbeln so ein bisschen. Dann muss ich halt ein bisschen einen Schluck trinken oder so, dann geht es. Aber wenn es richtig schlimm ist, kannst du halt bis zu Krämpfen und so. Also hatte ich auch schon, dass ich so mitten auf der Autobahn auf dem Seitenstreifen mich hingelegt habe und so Sachen mit Krämpfen und so. Ach krass. Gedacht, mein Herz bleibt stehen und so. Aber ich weiß, dass es eigentlich nicht passiert und dann irgendwann beruhigt sich der Körper wieder. Das ist ein sehr krasser Endophienausschuss, wenn es wieder gut wird. Habe ich einen richtigen Laberflash, sagt man ja sowieso. Weil dann irgendwie wieder, man denkt, ja okay, ich habe es überlebt und so. Also hat man voll die, keine Ahnung, das ist ganz komisch, als hätte man so einen Drogentrip hinter sich. Hast du gelernt jetzt über die Zeit, also so Mechanismen für dich in Anführungszeichen oder so Strategien, die dir dabei helfen, wenn es kommt? Also kommst du schneller quasi wieder raus aus den Dingern? Ja, ich schaffe es mittlerweile wirklich eigentlich, das ziemlich schnell auch wieder rauszubekommen. Aber ich muss dann halt, also im Auto drin muss ich auf jeden Fall aussteigen, dann kurz laufen und was trinken. Und dann rede ich mit mir selber, hört sich ziemlich psychomäßig an, sieht wahrscheinlich auch so aus, wenn man es sieht. Weil dann rede ich wirklich laut mit mir selber und so. Und dann geht es irgendwann wieder. Dann merke ich so, es wird besser und dann kommt dieser voll krasse Flash, dass es so wieder gut ist alles irgendwie. Aber es ist komisch, ich verstehe auch nicht, warum ich das habe. Ja, crazy. Ich glaube, es liegt nicht nur am Joint, vielleicht ist es auch von irgendwelchen anderen Sachen aus der Jugend oder so. Vielleicht, also wahrscheinlich. Also meistens eh komplexer als man, es gibt vermutlich, also ohne, ich habe wirklich gar keine Ahnung und natürlich auch keinen Arzt und ich habe es auch nicht so in das Thema reingelesen. Aber ich würde jetzt behaupten, dass es einfach, dass es eine komplexere Ursache in der Regel hat. Das ist jetzt nicht so ein Ding und so, okay, wenn ich das jetzt gelassen hätte, dann wäre das niemals passiert. Ich denke auch, ja. Deswegen, was ich interessant fand in dem Zusammenhang, weil du hast auch gemeint, als du davon gesprochen hast, in dem Interview hast du gesagt, dass das, also hast du einmal diese Geschichte erzählt von der Hanfschokolade auf dem Sportwagen bei PA hinten und so, wo Tankstelle. Und dann musst du auch quasi, also konnte ich dann auch erstmal nicht mit dir weiterfahren zumindest. Und dann hast du aber auch gemeint, dass es verschiedene Trigger gibt, hast du jetzt auch schon erzählt, aber vor allem auch zum Beispiel, wenn es wieder eine Ex-Freundin Thema ist oder sowas, oder sowas kommen würde. Und ich habe mich gefragt, kannst du dich da mit so einem Wissen eigentlich so wirklich öffnen, perspektivisch? Also du meinst, weil ich dann im Hinterkopf habe, dass es wieder so enden könnte in der Panik? Ja, also grundsätzlich ist es, also da kommen wir jetzt gleich zu, ist es ja vielleicht so ein Thema, sich zu öffnen. Aber noch mit dem Wissen zusätzlich? Ja. Es ist eigentlich, also es hört sich irgendwie verrückt an, aber ich habe dem Letzten auch mit jemandem darüber geredet. Ich liebe es auch manchmal im Leben so, wenn mir was Negatives passiert. Ich weiß nicht warum, aber so im Leben finde ich es geil, dass es so ein Off und Up gibt manchmal. Und irgendwie auch zum Beispiel, wenn man mal Liebeskummer hat oder so, ist es auch irgendwie, wenn man mal richtig drüber nachdenkt, ist es auch irgendwie eine, irgendwie hat es auch manchmal schöne Momente. So, du läufst alleine so depressiv, hörst den Kopfhörer, ist auch so ein Vibe, so ein besonderer Vibe. Und deswegen habe ich eigentlich nie Angst vor sowas, weil ich lebe einfach in mein Leben so intensiv hinein, so kann man sagen. Ich scheiße irgendwie drauf, ich lasse mich voll überraschen, was passiert. Es kann sein, dass ich im nächsten Monat in der Psychiatrie bin oder es kann sein, dass ich im nächsten Monat in Ibiza auf einer Yacht bin. Es kann alles passieren, ich finde das interessant am Leben irgendwie. Deswegen habe ich nicht so Angst davor. Ich habe nur halt diese, ich habe eigentlich keine Angst vor irgendwas, ich habe nur Angst vor diesen Panikattacken. Keine Ahnung, warum, weil ich denke immer, mein Herz bleibt stehen. Ich bin so ein Hypochonder auf jeden Fall, ganz schlimm. Aber ich finde es eine schöne Einstellung tatsächlich. Aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, weil du aus allen Situationen im Endeffekt auch noch was Schönes rausziehst und diesen ganzen potenziellen Situationen eigentlich sehr offen begegnest. Genau, weil wenn nur alles schön ist, ist es irgendwie auch langweilig. Dann sind die schönen Tage wieder nicht so schön, wenn sie immer schön sind. Ja klar, und du brauchst es tief, um dann es hoch zu genießen zu können. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, in so tiefen Momenten, das denkt man ja auch ganz anders über Sachen. Genau, ja, und es ist irgendwie so, also ich habe das immer in meinem Leben gehabt, dass es immer mal irgendwelche Tiefpunkte gibt. Aber es ist irgendwie cool. Nur in meiner Karriere ging es bis jetzt immer so ein Stück weit immer ein bisschen hoch, wenn es mal passiert. Nee, provozier es nicht. Nee, aber selbst wenn es mal passieren sollte, ich glaube, dann werde ich doppelt so fresh zurückkommen, wenn es irgendwie mal passieren sollte. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Und vor allem hast du ja auch schon ganz früh, mehr oder weniger mit dieser Einstellung bist du auch reingegangen, weil du hast ja auch gesagt, also du hast ja selber gesagt, manchmal bist du fast naiv. Aber du hast auch immer gesagt, es gab niemals einen Plan B. Und es war halt immer genau das. Und ich weiß, irgendwann wird es in irgendeiner Form funktionieren. Und ich meine, jetzt sieht man, es funktioniert sehr, sehr gut. Zu dem Thema sich öffnen, was ich gemeint habe, das wäre da gleich nochmal zu kommen. Ich frage nämlich auch deswegen, weil ich mit Sido teilweise auch jetzt das Thema hatte, als ich ihn auf dem Heroes Festival getroffen habe. Und da hatte er zum Thema sich öffnen folgendes gesagt. Wenn du als Mann das Erlebnis schon mal gemacht hast, von einer Frau verletzt oder verlassen geworden zu sein, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wir Männer wissen, sobald wir der Frau Gesicht geben, hat sie uns in der Hand. Hat sie uns bei den Eiern. Und die kann was mit uns machen, was uns sehr, sehr wehtut. Also wie gesagt, keiner kann uns so aufhalten wie die Weibers. Krass, ja. Hat er recht auf jeden Fall. Man merkt, dass er sich auch sehr damit beschäftigt hat, bestimmt in den letzten Jahren. Und er hat auf jeden Fall recht. Also Frauen können, ich glaube, für Frauen ist es nicht so schlimm, so was zu erleben, wie für Männer, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht so lange. Bei Frauen ist es vielleicht eher kurz und dann schließen sie irgendwann damit ab. Aber für Männer kann es sich schon Jahre ziehen oder die kriegen irgendwie einen richtigen Knacks darauf. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, meine Vermutung ist, weil ich glaube, das Schmerz bei anderen zu definieren, ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Weil es ist jeder natürlich anders erlebt. Vielleicht auch zu weit aus dem Fenster gelegen. Alles gut. Ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall viel besser damit umgehen können. Genau, vielleicht ist es auch das, ja. In irgendeiner Form, also es zu verarbeiten so. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, weil sie grundsätzlich einfach mehr sozialisiert wurden. Einfach sich mit ihren Emotionen, Gefühlen quasi zu beschäftigen und sich auszutauschen. Weil, ich meine, du weißt selber, bei Männern bist du da mit irgendwelchen Jungs, du hast es gerade eben gesagt, weißt du, immer ein bisschen unangenehmes Gefühl mit Checker über so Deep Talk Themen zu sprechen quasi, was so Beziehungssachen angeht. Weil es immer bei uns Jungs oder bei Männern immer noch so eine Sache, die aus irgendeiner komischen Form da drin ist. Nicht bei allen, aber schon bei vielen, wo das einfach sehr schwierig ist, weil wir auch teilweise gar nicht gelernt haben, das in irgendeiner Form zu kommunizieren, damit umzugehen. Und deswegen, glaube ich, trifft es uns auch härter, weil wir einfach viel mehr lost sind, wenn es dann so passiert. Eigentlich muss man sich nur den Herbert Grönemeyer-Männer-Song anhören. Der sagt eigentlich die ganzen Sachen so ein bisschen oder spricht es so ein bisschen nach. Deswegen habe ich auch oft gehört in letzter Zeit. Und ja, ist auch so. Aber es kann auch wirklich sein, dass die Männer das intensiver fühlen. Weil man sagt ja auch, wenn ein Mann erkältet ist, ist es auch schlimmer wie bei einer Frau. Vielleicht ist es auch so bei den Gefühlen. Kann ja gut sein. Ich frage auch, wenn man einfach nur mehr rumheult. Oder man heult einfach mehr rum. Ja, vielleicht ist es ja auch bei den Liebesgeschichten genauso. Vielleicht heulen die Männer einfach mehr rum. Ja, und es ist halt auch eine Ego-Sache. Ich habe da noch ein Teil rausgenommen, weil er hat auch gesagt, kein Mann sieht in einem anderen wirklich so den Feind. Beziehungsweise wie ein wirklichen Feind. Oder wenn man von einem Mann besiegt wird, ist es immer nochmal was anderes. Da kann man besser mit abschließen. Aber wenn es dann quasi eine Frau ist, die einen verletzt oder halt quasi in Anführungszeichen ablehnt, besiegt. Wo ja auch die Frage ist, ob diese Einordnung von Kategorie überhaupt so sinnvoll ist, von Siegen und Gewinnen oder Verlieren sprechen. Dann hat das einfach nochmal einen anderen Faktor. Aber gut, Sido ist eh, was Lebensweisheiten angeht und überhaupt Lebenserfahrung vor allem, auch in einem ganz anderen Level, weil der einfach sehr, sehr viel durchgemacht hat. Und er trifft es immer sehr gut auf den Punkt, finde ich. Sehr gut, ja. Auch in seinen Alben und Songs macht er das ja auch immer. Letzter Album war ja auch so voll persönlich. In Sido ist auch einer meiner Lieblingskünstler in Deutschland. Also eigentlich so mit Bowser, so mein Lieblingskünstler in Deutschland. Ja, definitiv zu Recht. Anderes Thema, was auf dem Album auch stattfindet und was einen auch ganz schön mitnehmen kann, hast du mit dem Kollegen 1986 auf bester Freund beschrieben. Da heißt es nämlich unter anderem so. Du bist mein bester Freund, doch zu oft fragst du mich an. Und bin ich mal traurig, geht's raus in die Nacht. Manchmal hörst du mir zu, wenn's keiner daran macht. Immer wenn ich dich brauch, dann ist es auf dich verladen. Doch ich weiß, mir geht's besser ohne dich. Wie kam es zu der Songidee? So, der Songidee, die hatte ich auch mal wieder in meinem Handy irgendwann gespeichert. Eigentlich ist diese Songidee ja nicht so außergewöhnlich, dass man irgendwie was umändert. Also es gab ja auch schon viele Songs über Waffen, die die Liebe waren oder so. Hat nicht Tupac auch so einen Song gemacht. Aber ich fand es irgendwie cool, mit Alkohol mal so einen Song zu machen, weil es halt so ein Thema ist, was bei mir halt so passend ist. Und dann hatte ich die Idee, bin ins Studio gegangen mit, es war eine ganz komische Konzentration, da waren voll viele Leute im Studio. Jumper hat an einem Song mitgemacht. Vito hat Top Lines noch mitgemacht, Checker war mit dabei, A-Side, also es war so völlig übertrieben, aber am Ende ist der Song dabei entstanden. Der war auch im Ausschussordner, genau, der war auch sehr weit unten sogar. Ich hätte den auch selber bis heute auch nie rausgebracht, glaube ich. Da wurde ich so von PA und vom Label so ein bisschen dazu gebracht. Die haben gemeint, der ist voll krass und ich habe ihn nie so gesehen, den Song. Ich bin immer ehrlich, ich rede mit dir wie normal. Für mich ist der Song auch bis heute nicht einer meiner Lieblingssongs unbedingt, aber die Jungs haben gesagt, lass den machen. Und ich verstehe auch warum, ich finde das Thema auch geil. Aber ja, genau, dann haben wir den 86 noch draufgeholt, weil er thematisch halt gut passt. Und ja, das war eigentlich die Story zum Song. Crazy, crazy. Weil auf deiner Breakthrough-Single, Weißer Rauch, singst du ja noch folgendes. Sag mir, wann habe ich genug, es wird Zeit. Ja. Wann hast du genug? Ich weiß es nicht, also kiffen tue ich ja nicht mehr. Das ist ja schon mal ein Ding aus der Welt geschafft von dem Song. Aber Alkohol verfolgt mich so mein ganzes Leben. Das heißt, verfolgst du jetzt auch so an, als wäre ich voll der Alki. Das ist jetzt auch nicht so. Ich trinke halt mal gern einen, vielleicht auch mal ein bisschen zu oft oder ein bisschen öfter wie jemand anderes. Der sieht das bestimmt eh nicht. Aber ja, ich versuche es in Grenzen zu halten und ich versuche auch mal alkoholfreie Monate zu machen. Klappt mal mehr, mal weniger. Aber im Sommer ist es halt schlimm. Ich bin so ein Gelegenheitstrinker. Wenn du jetzt hier gesagt hättest, hier gibt es irgendwas, hätte ich auf jeden Fall mit dem Mies einen reingetrunken. Zum Beispiel so einfach tagsüber um 14 Uhr. Das ist halt das Problem. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie am strugglen. Manchmal damit ein bisschen. Also ich frage aus dem folgenden Grund, weil also A, ich habe es mit verschiedenen Leuten auch schon, unter anderem auch Pia, aber Silo hat ja auch sehr ausführlich über seine Sachen gesprochen. Ich hatte mit Harris das Thema, als er hier war tatsächlich, weil da hat er auch mal gemerkt, dass in diesen Corona-Yarden, dass er auch gemerkt hat, okay, so irgendwie auflegen, der ist ja noch DJ und so. Und dann war es halt irgendwie Tagespartys und dann hat er halt einfach um drei Uhr halt einfach schon die Prozeko-Flaschen drin und hat einfach immer gemerkt, so okay, warte mal ganz kurz. Kurz auf die Uhr geguckt, okay, seit 40 Jahren eigentlich trinke ich eigentlich so. Genau, das ist eigentlich gar nicht cool. So, und man kommt ja irgendwie immer noch damit klar und auch alles cool, aber du hast da natürlich, wie du gesagt hast, auch jetzt im Sommer, aber auch vor allem durch die Branche, kommst du ja so schnell und so viel in Kontakt damit. Genau, ja. Und da ist natürlich dann immer die Kunst oder die Herausforderung, sich selber da auch ein bisschen einzuordnen. Und ich glaube, so zum Beispiel Sachen wie du machst, dass du auch mal wirklich so Monate sagst, okay, jetzt ist mal wirklich genug so. Das sind schon mal, glaube ich, gute Punkte. Ja, aber es ist halt, ja, das einzige Gute bei mir ist, ich trinke fast keinen harten Alkohol. Ich trinke viel Bier und viel so Champagner oder so Hugo und so Sachen, weil ich mir dann selber einrede, dass es nicht so schlimm ist. Ich trinke echt weniger so hartes Zeug, manchmal so ein Gin Tonic oder so, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt unbedingt besser macht. Das ist wahrscheinlich der gleiche Quatsch. Aber ja, bei Clubshows und so ist es halt so, kommst du ja schon ins Backstage, auf meinem Radar steht die ganze Scheiße drauf und dann fängt man halt an, was zu trinken. Naja, voll. Also, wie gesagt, ich glaube, dass du die Auseinandersetzung allein damit schon, ist schon mal sehr gut zum Thema so. Aber ich glaube, wenn man drüber nachdenkt schon, dann hat man schon so ein leichtes Problem vielleicht damit. Ich glaube, ganz viele haben tatsächlich ein ganz leichtes Problem damit, weil wenn du mal auch, keine Ahnung, du brauchst nur auf irgendwelche Märkte mal in irgendwelche Städten zu gehen, quasi, wenn sich da die Leute um elf Uhr morgens quasi schon den ersten Wein bestellen. Und Wein ist ja einer auf Sophisticated, weißt du, ich mache ja nur eine kleine Weinprobe, aber okay, Sibylle, es ist halt einfach elf Uhr. Ja, und die Sibylle macht es wahrscheinlich auch seit 45 Jahren schon. Aber in Deutschland oder in der generellen Welt ist es halt auch so ein Alltagsding. Es werden ja auch so Witze drüber gemacht oft und so, ja, ich trinke jetzt hier drei Kolben oder ich trinke... Es gibt ja immer die Witze, die Bauarbeiter und die ganzen Witze, die es halt so gibt über Alkohol. Und es wird halt voll verherrlicht, weil jeder sich das gut redet irgendwie. Ja, und das hätte ich einfach gesellschaftlich auch so krass akzeptiert, genauso wie Rauchen ja auch. Ja, voll. Da brauchen wir nicht drüber reden, das weiß jeder am Endeffekt, das ist, wie es ist. Und das macht es halt so schwierig, sage ich jetzt mal, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird, quasi damit dann, glaube ich, sich auseinanderzusetzen. Ja, aber ich glaube, Rauchen ist noch ein bisschen, das wird sogar noch kritischer so gesehen. Und dann sagen, ja, das ist ungesund wegen den Bildern da hinten drauf und die Rauchverbote überall. Aber Alkohol ist wirklich so überall präsent. Du gehst an den Flughafen, da gibt es Bierstände und überall, du musst nur aus der Tür gehen und es gibt immer irgendwas. Und ich bin da Leichtheit damit zu haben auch gerne. Ich bin nicht schwer zu überreden, wie ich dir gesagt habe. Es muss nur einer mitmachen und ich bin auf jeden Fall dabei. Short Spike, okay. Ja, das ist scheiße. Sehr gut. Aber wie gesagt, okay, und gab es nochmal kurz zurück zu dem Song, also gab es nochmal, also gab es einen Moment, wo du sagst, okay, mir ist das Thema wichtig und ich möchte, also bevor es quasi in dein Handy kam, diese Notiz oder diese Skizze. Was war da der Moment, wo du gesagt hast, okay, mir ist das irgendwie wichtig, weil ich meine, das Thema ist ja schon lange bei dir ein Thema oder präsent. Was hat es so zu dem Song oder zu der Song-Idee nochmal gebracht? Ich habe mir irgendwann gedacht, ich muss mal einen Song darüber machen, weil die Leute, glaube ich, gar nicht so wissen, dass ich damit so, was heißt am Struggle? So eine Beziehung. Ja, so eine Beziehung damit habe, genau. Und deswegen habe ich den Song gemacht, aber ich hätte es gerne noch ausführlicher gemacht, vielleicht werde ich auch nochmal einen Song drüber machen. Irgendwie, es wurde schon gut auf den Punkt getroffen, aber es ist mir noch ein bisschen zu poppig, vielleicht. Ich glaube, man kann es noch ein bisschen genauer treffen. Lustigerweise, als ich mir den Song angehört habe, habe ich den erstmal ohne Video gesehen. Und dann checkt man es auch nicht so gut. Und ich habe mir dann gedacht, okay, aber es könnte auch über Alkohol gehen. Und dann, glaube ich, habe ich mir das viel angeschaut und dann ist ja auch diese eine Szene mit den Flaschen und so. Und dann habe ich gesagt, ah, guck mal. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen deutlicher vielleicht mal irgendwann mal machen. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, es ist gut. Gut im Sinne von, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man es macht und vor allem auch kommuniziert nach draußen. Weil ich meine, du bist jetzt auch jemand, der auch viele Leute erreicht. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, auch mit solchen Themen, damit mal nach vorne zu gehen. Und nicht nur zu sagen, hey, Flex und Ding und geil und Rolli und schieß mich tot. Oder ich habe ein gebrochenes Herz und das ist blöd. Ich versuche halt immer, ich mache ja nicht viele Interviews oder viele so Sachen. Aber wenn, dann rede ich halt auch über Sachen, die ich auch, wie gesagt, ich würde mit dir privat das Gleiche reden wie in den Interviews. Und wenn ich irgendein Problem habe oder mich irgendwas beschäftigt, dann wird man immer davon irgendwann mal hören in einem Song. Und deswegen mache ich ja Musik. Ich will mich ja selber so ausdrücken, damit es immer authentisch ist. Und das finde ich gut, weil wenn man sich dann auch mit der Musik beschäftigt, dann lernt man dich halt auch einfach ein bisschen besser kennen. Ja, ich werde auch manchmal so ein bisschen, sorry, dass ich jetzt... Nee, alles gut, bitte. Ich werde manchmal, glaube ich, ein bisschen da gar nicht so wahrgenommen, dass es bei mir so ist. Viele sehen mich, glaube ich, sofort als so Single-Pop-Künstler manchmal. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Ding so bekommen habe, diesen Stempel. Aber ja, ich versuche das auch mal gegenzuwirken so in nächster Zeit. Ja? Ja. Gut. Mir gefällt es. Ein anderes Thema, um quasi den Bogen wieder ein bisschen weg von den Dieb-Themen zu machen. Stimmt, wir haben echt viel Dieb-Talk hier gemacht. Ja, das stimmt. Freut mich, ja, ist cool. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe mich mit deiner Musik beschäftigt und da sind halt auch einfach, diese Themen sind halt da. Deswegen mache ich mit dir so gerne Interviews, weil du das machst. So, und ein Thema, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, sind Beefs im Deutschrap. Ja. Und da gibt es ja wieder ein paar, aktuell. Ja, sehr. Du bist ja ein bisschen wie das, wenn ich an Beefs und Deutschrap denke und dich, da habe ich immer dieses Michael-Jackson-Meme. Weißt du, wo er Popcorn isst? Ne. Das gibt es ja so auf dem Thriller-Video. Da ist er sich da so vor dem Kino und isst so Popcorn. Das ist peinlich, dass ich das jetzt nicht weiß. Alles gut, wir blenden es ein. Ja. Da sehe ich immer dich quasi so dabei, weil du hast schon sehr oft gesagt quasi, dass du auf jeden Fall das sehr unterhaltsam findest. Ich werde immer damit assoziiert, jetzt mit diesen Deutschrap-Beefs. Irgendwann beleidigen mich alle, weil ich so, die denken sich, der Wichser, der guckt sich das immer an und lacht über uns. Und jetzt ficken wir den. Irgendwann wird sowas bestimmt kommen. Aber ich meine das eigentlich gar nicht so. Du hattest noch nie Beef, oder? Ne, ich will auch gar keinen. Ich bin aber nur so ein stiller Beobachter, wie so ein Rap-Update-User, der sich das einfach gerne reinzieht. Das ist so meine Freizeitbeschäftigung. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich rede nur als öffentlicher... Ich muss auch dazusagen, wir reden wirklich von den Beefs auf sportlicher Ebene. Ja. Also da muss man wirklich, auch als Web-Fan und so, ich meine, es gab auch schon genug Beispiele, die dann quasi anders sich entwickelt haben. Ja. Und da bist du ja nicht, würde ich dich nicht einschätzen als jemand, der dann sagt, okay, geil, wann geht's los, wann geht's los? Es geht ja um diese sportliche Geschichte. Ja, ich würde auch niemanden ansticheln jetzt. Also die machen das ja auch freiwillig, deswegen ist es auch okay. Shindi hat mal was Gutes gesagt. Das ist halt leider so, je persönlicher es wird, desto interessanter ist natürlich für den Zuschauer. Das stimmt. Und wenn es dann richtig eklig wird, ist es eigentlich Asi natürlich, aber dann wird es erst interessant halt für die Leute. Ja, deswegen funktionieren auch diese ganzen scheiß Trash-Talk, Trash-TV-Formate. Weil es da halt auch, je mehr es irgendwie zur Sache geht und so, desto mehr. Dadurch gebiecht wird, desto mehr findest du die Leute irgendwie interessant. Ja. Aber du hast es schon hier angesprochen. Wie sehr hast du dich in Anführungszeichen gefreut, als er Free Spirit veröffentlicht hat und die Antwort gegeben hat? Also ich habe damit gar nicht gerechnet, dass es überhaupt passiert. Ich habe den Song ganz normal gehört. Ich wusste auch nicht Free Spirit. Ich habe da nichts gedacht bei Free Spirit, weil ich jetzt nicht so tief drin bin, dass ich jetzt wusste, dass Kollegah... Im Nachhinein ist mir eingefallen, okay, der hatte mal ein Album, glaube ich, oder? Der Free Spirit ist. Aber in dem Moment habe ich gar nicht damit gerechnet und dann war es natürlich sehr wild auf jeden Fall, das zu hören. Und ich dachte, der hat ja maßlos übertrieben. Ich dachte, das hat er nicht gesagt und wieder zurückgespult. Und das ist angehört. Und ja, es wird bestimmt eine krasse Antwort kommen. Aber ich liebe auch, wie Shindidist feiere ich halt auch, weil es halt sehr hart und asozial ist, so wie es auch damals, die Sachen, die er für Bushido wahrscheinlich damals geschrieben hat, deswegen war das wahrscheinlich auch so krass damals. Er kann das schon sehr auf den Punkt, er weiß genau, was er da triggern muss und wie er das macht. Und ich glaube, er ist auch natürlich vorausschauend da rangegangen, weil wahrscheinlich werden die Mutterlines jetzt natürlich dreimal zurückkommen. Deswegen dachte er wahrscheinlich, ich fange direkt schon so an. Ja, aber man muss dazu sagen, über diese Thematik wurde sich ja auch jetzt ausgetauscht und es gab verschiedene Sachen, die dazu Statements gemacht haben und so. Und den einen war es so ein bisschen zu hart, die anderen haben irgendwie diese Härte nicht ganz nachvollziehen können. Dann ist natürlich auch aus den OBG-3-Zeiten und so, wo er natürlich auch hoch und runter beleidigt wurde quasi von den beiden Jungs, von Koller und Farid, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen was aufzuarbeiten, man weiß es nicht so. Ich fand es auf jeden Fall auch krass mutig einfach. Mutig auf jeden Fall. Krass Eier bewiesen, sich da hinzustellen. Das hat nur niemand gemacht gegen die zwei. Und einfach mal gegen Koller und Farid zu schießen. Muss man auch erst mal sich trauen. Und sie sagt, das Echo freue ich mich auch drauf, auf sportlicher Ebene. Auf jeden Fall, genau. Das finde ich dann auch halt, wenn es dann so auf Dings-Ebene, dann feiere ich es auch nicht mehr. Dann ist es so, es soll schon sportlich bleiben. Weil die drei Jungs halt, was du gerade gesagt hast, dieses Wordplay-Biefen und Dislines angeht halt einfach auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Alle, ja. Das ist wie so ein wunderschönes, geiles Champions-League-Endspiel. Das hast du dir halt so fußballmäßig anguckst und du denkst einfach, okay, geil, was für nice Sachen kommen da jetzt und so. Ja, ich hoffe, die sehen das auch alle so. Und keiner ist da so irgendwie, dass er jetzt den anderen abstechen lässt oder will. Ich hoffe, das ist so einfach sportlich und dass beide Seiten geile Songs machen. Ja, hoffe ich auch. Ich meine, ich hätte schon gesagt, dass er es nicht sportlich sieht. Ja, aber das ist ja auch sein Style. Ich weiß, genau. Ist ja auch ein Stilmittel, kann ein Stilmittel sein. Bei Mutterlein ist es natürlich immer so die Frage. Ist hart, also ja. Interessant fand ich jetzt die These, die ist jetzt mittlerweile, wenn das Video rauskommt, auch schon ein bisschen älter und da kamen vielleicht auch schon wieder ein, zwei andere Geschichten dazu. Aber es stand jetzt, wenn wir sprechen, dass der gute Animus ja die These gedroppt hat, dass das alles inszeniert sein soll. Das habe ich auch irgendwo mal gehört, aber das habe ich keine Ahnung. Ich habe da auch keine Insider-Informationen oder so. Also das weiß ich nicht. Könntest du dir das vorstellen? Also eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Bei Shindi kann ich es mir noch eher irgendwie vorstellen, weil er so liebt so Marketing-Moves und so. Aber ich weiß nicht, ob Kollegah und Farid das so mitmachen würden. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Aber selbst wenn sie es machen, ist es irgendwie auch trotzdem. Ist ja auch irgendwie witzig. Trotzdem ist es mal was Neues. Ich finde es auch wild auf jeden Fall. Glaubst du, wie wird es ausgehen? Boah, ich habe keine Ahnung. Kollegah hat doch schon irgendwas gemacht, oder? Ja, der hat schon einen Antwort-Track gemacht. War auf jeden Fall witzig. Die Antwort von Farid ist, glaube ich, auch schon zum Teil draußen. Ah, das hat er geleakt. Ja, genau. Was er geleakt hat, glaube ich. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen geschossen. Aber ich hatte die Frage, ob das... Ich glaube, das wird so ein richtiger... Also ich fände es geil auf sportlicher Ebene, wenn es sich so länger hinzieht. Ja, ich glaube auch. Also bei Shindy, der wird bestimmt dann eher so einzelne Lines noch machen oder so. Und die werden vielleicht doch so ein halbes Album machen. Kann ich mir vorstellen. Das wird auf jeden Fall auch... Also hat auch keiner Bock drauf, auf eine Antwort von Farid, so ein Kollegah. Wenn man da zu Hause sitzt, dann auch scheiße, glaube ich. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Geschichten aktuell, die so zumindest nicht auf sportlicher Ebene leider sind, zumindest aktuell. Wie stehst du zu denen? Flair Boogie, glaube ich, ist... Echt, ja? Ich weiß gar nicht, wie aktuell es jetzt gerade noch ist, so. Ist es wieder aktuell? Ich dachte, es war mal wieder vorbei. Umkocht worden, so, ja. Du bist gar nicht mehr so drin. Ich dachte, du wärst so richtig on, on... Nee, ich bin gerade nicht mehr... Gerade bin ich nicht mehr so drin. Gerade, ich kann es irgendwie... Hip-Hop gerade ist irgendwie ein bisschen... Ist nicht so. Nee, ich ziehe mir so voll viel alte Songs gerade rein und alte Sachen irgendwie, um mich mal wieder abzuschotten und abzulenken. Für die nächsten Projekte muss ich ein bisschen wieder mal was ganz anderes hören. Ich höre auch gar keine Releases, die rauskommen fast. Also ich höre mal rein, so wenn... Klar, man hört mal rein, aber ich bin nicht mehr ganz so gerade drin. Aber irgendwo habe ich natürlich gelesen, Boogie. Irgendwas war. Okay, aber das ist der Grund, warum du bei P.A.'s Release nichts gepostet hast. Oder bist du abgeschossen? Bei P.A.'s Release? Also hast du nicht, weil der... Als er sein 10. Album jetzt rausgebracht hat... Ja. Hast du das gepostet? Ja, habe ich gepostet. Hast du gepostet? Ja. Da warst du aber einer der wenigen. Ja. Glaube ich. Irgendwas hat er gepostet, dass niemand das gepostet hat oder so, ne? Im Interview mit ihm haben wir jetzt auch gesprochen, als ich in Berlin vor seinem Urlaub noch kurz besucht habe, hat er nämlich auch gemeint, so, hey, ich habe dir das aufgefallen, so ein bisschen wenig. Und er meinte, also abgesehen davon, dass es einfach verpeilt sei teilweise, nicht nur du oder bei Life is Pain, die Leute zum Teil oder einfach in ihren eigenen Sachen verstrickt sind, meinte er aber auch das hier. Alter, wenn wir uns alle gegenseitig supporten und richtig füreinander einstehen, haben wir etwas, was nur noch ganz wenige in Deutschland haben. Und so, naja, aber ich will es auch niemandem in seinen Kopf reinhämmern müssen. Entweder man versteht es oder man versteht es nicht. Ich finde geil an PA oder ich mag das generell, der redet einfach so Themen einfach öffentlich an. Ich finde das geil. Also ich habe damit auch gar kein Problem, wenn er so, er hat es auch mit Keanuš gemacht. Ich finde das cool, dass er das macht, weil es ist ja in Ordnung. Er ist auch jemand, der redet einfach immer so, wie es gerade ist. Er kann es auch nicht so zurückhalten. Deswegen finde ich es cool. Und hat er auch recht. Also manchmal werden auch Sachen irgendwie nicht gepostet. Ich und Jamal sind, glaube ich, am schlimmsten, weil wir vergessen es einfach manchmal teilweise. Wir posten nicht mal unsere... Ich habe heute auf der Autofahrt, es ist mir eingefallen, dass mein Mixtape heute kommt. Ich habe das selber gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und wir verballern es wirklich manchmal. Aber nur Liebe an PA. Wir posten immer gerne natürlich. Also das ist gar nicht böse gemeint. Wir verballern es einfach. Gar nicht böse aufgefasst. Da ging es so ein bisschen um dieses Thema, so Life is Pain. Als Crew, dass es nicht mehr so eng ist. Genau, das ist nicht mehr so, wie es bei dem Squad-Song, wie es so gewirkt hat. Das stimmt. Das war, dass ihr wirklich so als Squad, als Squad-Team-Gefühl so aufgetreten seid. Und das hat sich dann ein bisschen einfach verlaufen. Ist aber vielleicht auch eine natürliche Entwicklung. Und da hat er halt gemeint, er ist jetzt nicht jemand, der das... Also er sagt halt sowas. Als Team sind wir halt am stärksten, wenn wir halt einfach zusammenhalten. Das predige ich halt die ganze Zeit. Aber ich kann es halt nicht jemandem im Kopf reinhämmern. Und entweder passiert es auf natürliche Weise wieder oder halt nicht. Und er sagt halt auch, ey, am Ende bin ich der, der am wenigsten davon leidet. Und er denkt dann natürlich fürs Team und für die Gruppe so. Er hatte auch recht. Also eigentlich sollte man das auch mehr wieder festigen. Wir sind halt manchmal alle in unseren eigenen Dingern gefangen. Mit einem hat man natürlich auch mehr zu tun, privat, wie mit dem anderen oder so. Mit Jamal bin ich sehr cool. Er ist auch ein Freund so privat von mir. Und mit dem anderen, ich mag jeden von Leibs. Aber man ist jetzt nicht mit jedem so befreundet und schreibt jeden Tag. Deswegen ist auch manchmal das Ding, wir machen auch ein bisschen ähnliche Musik. Ich und Jamal und die anderen. Jeder hat so eine andere Musikrichtung. Und dann das immer zu kombinieren, ist natürlich auch manchmal schwer. Aber er hat auf jeden Fall recht. Dieses Squad-Ding hat, glaube ich, schon was ausgelöst auch in der Szene damals. Das war schon, glaube ich, hat einen geilen Effekt gehabt. Voll. Ich bin auf jeden Fall immer am Start, wenn sowas ist. Ja, und bei Life is Pain, also muss man ja sagen, die Künstler-Auswahl, die PIA da gemacht hat, ihr seid ja einfach ein krass starkes Team. Ihr seid ja wirklich schon ein bisschen wie die Avengers. Ja. Und mit jeder seinen speziellen Stärken. Aber wie gesagt, es ist halt auch nicht so, dass ihr, also klar, es gibt so die Life is Pain Villa so in Berlin. Aber es ist ja nicht, dass jeder... Ja, da ist niemand halt. Wenn man ehrlich ist, ich war da seit einem Jahr nicht mehr oder so, glaube ich. Das ist das Ding, ich sehe dann... Ich habe manche ein Jahr nicht gesehen von Life is Pain, fast auf der Tour oder so. Ich glaube, ich habe Kianos zum letzten Mal auf der Life is Pain-Tour gesehen. Krass. Das ist halt schade manchmal. Aber ich mag Kianos zum Beispiel übertrieben gerne. Wenn ich ihn treffe, dann freue ich mich immer voll. Aber man ist so viel unterwegs. Der macht sein Ding. Ich mache meins. Oder der eine ist da unterwegs. Mit Jamal habe ich halt am meisten zu tun, weil wir haben ein Album zusammen. Wir sind auch oft so privat unterwegs. Und dann entstehen dann auch mehr Songs natürlich. Du kommst ja auch auf seine Tour mit, ne? Genau, ich bin auf seiner Tour dabei. Und da hat man manchmal halt mehr vielleicht so... Wie bei, du weißt noch damals, bei Banger Musik war doch auch Casey und Summer, die waren auch so öfter dann zusammen wie der andere mit dem... Aber es ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach manchmal hat man halt... Ja, du weißt ja, wie es ist. Ja, voll. Und eigentlich muss man ja auch wissen, dass es... Ich meine, ihr seid ja am Ende auch alle Menschen so. Das Ding ist, als User ist man halt ganz schnell, wenn halt so ein Team auftritt und man denkt dann so, oh, die haben jetzt auch in ihrem eigenen Leben. Da gibt es Beef, verstehe ich dich nicht mehr. Und bla, aber es ist ja eigentlich eine natürliche Entwicklung, dass man sagt, ey, guck mal, alles gut, wenn wir uns sehen, sehen wir uns und alles cool. Aber ich meine, du hast mir jetzt auf Game gesagt, wo du alles bist, kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu, was bei dir alles ansteht. Krieg da mal einen Termin unter, weißt du? Ja, ich habe auch früher dasselbe gedacht. Also ich verstehe die Leute auch, weil ich habe früher auch... Ich war großer, er ist guter Junge-Fan, so als Jugendlicher. Und ich habe auch gedacht, jeder chillt mit jedem... Busy Montana chillt jeden Tag mit Bushido und geht mit dem essen und so. Und die sind so ein Team, die chillen auch mit niemandem anderen. Nur die. Es gibt nur die, die chillen nur miteinander. Deswegen verstehe ich das auch. Aber es ist halt natürlich im echten Leben dann auch nicht immer so. Aber ich kann es nachvollziehen. Kommen wir zu deinen Plänen. Was steht an? Also wie gesagt, Tape ist jetzt draußen mittlerweile schon, wenn das Interview draußen ist und so. Love is for sale. Was steht jetzt noch an? Du bist viel unterwegs. Warst jetzt schon auf ein, zwei Dates wahrscheinlich, wenn es jetzt rauskommt. Aber was steht jetzt konkret Stand jetzt an? Also jetzt kommt das Tape erstmal raus. Es ist so ein lockeres Ding. Ich hoffe, die Leute sehen es auch so. Es ist jetzt nicht so ein verfestigtes Projekt. Es ist einfach so ein lockeres Ding für den Sommer. Und danach will ich auf jeden Fall eine EP noch bringen. Die wird auch ziemlich schnell kommen mit zwei, drei Singles oder ein, zwei Singles. Und dann starte ich so meinen neuen Vordi-Weg, glaube ich, so ein bisschen. Vielleicht wird es auch am Ende dann doch nicht so abgespaced, wie ich es mir vorstelle. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, was Neues zu machen. So irgendwie was Frisches. Weil ich habe alles gemacht, habe ich das Gefühl, so in dieser Richtung. So in der Richtung, die ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich irgendwie gefühlt alles gemacht. Deswegen will ich viel, ein bisschen experimentellere Sachen, elektronisch, habe ich ja vorher schon gesagt. Und auch die Videos ein bisschen verrückter vielleicht machen. Und ja, dann gehen wir mit Jamule auf Tour im Oktober. Da bin ich mit dabei. Da haben wir ein geiles Set so in der Mitte für unser Album. Das wird bestimmt geil. Da freue ich mich drauf auf die Tour. Club-Shows spiele ich sowieso die ganze Zeit. Aber ich will auch mal eine eigene Tour irgendwann machen nächstes Jahr. Da gibt es aber noch keine Dates. Also jetzt erst mal Club-Shows, Jamule-Tour, EP und dann wieder vor die Album. Mal wieder genug zu tun. Ja, da ist auf jeden Fall genug zu tun. Du bist dort dann genug unterwegs. Jetzt haben wir über ein paar Themen gesprochen. Tatsächlich gibt es noch ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt. Weil wir nähern uns dem Ende. Was mir auf dem Herzen liegt, das ist schwierig. Weil du hast schon viele Sachen angesprochen eigentlich. Auch viele coole Sachen. Also viele coole Themen, die ich auch privat mir so auch Gedanken drüber mache. Ja, es ist schwierig. Eigentlich haben wir... Ich wüsste jetzt nichts, aber wenn du eine Frage hast, gerne. Nö, meine Frage wäre, hättest du noch eine Frage oder ein Thema, das du quasi besprechen wollen würdest du. Deswegen, ich will dir ja den Raum geben, dass du jetzt auch über die Sachen sprechen kannst, die dir wichtig sind. Weil es ist ja dein Interview. In dem Sinne, deswegen... Aber ey, ich will auch nichts erzwingen. Wenn du sagst, ey, alles fein und alles gut quasi so. Wir haben über das Tape gesprochen, wie gesagt. Die Leute wissen, dass du jetzt unterwegs bist. Die sollen gucken natürlich. Ich meine, ihr wisst alle, wie das Internet funktioniert. Deswegen, wenn ihr vor dir sehen wollt, wisst du, wo ihr ihn findet. Checkt einfach mal ab. Da gibt es auf jeden Fall Links zu Dates wahrscheinlich, wo du am Start bist. Ja, auf jeden Fall. Weil dann kann ich mich tatsächlich an dieser Stelle auch jetzt verabschieden. Wir sind jetzt am Ende Deutsch im Ideal. Ihr wisst, wie es ist. All die Mediathek, YouTube, Radio, immer TikTok, Instagram. Überall. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Checkt auf jeden Fall das neue Tape. Love is for sale von 40. Ansonsten checkt ihr ihn sowieso ab. Mein Name ist Haim. Wie gesagt, ohne nicht vergessen. Geil, dass du das Albo... Ich wusste gar nicht, dass du das hast, aber geil. Freut mich. Ich bereite mich doch vor, mein Lieber. Das ist auch einer meiner... Sorry, das muss ich nochmal sagen. Das ist auf jeden Fall das Intro von meinem Tape. Das sind auch echte Sprachnotizen in dem Song, wie immer, wenn ich sowas mache. Mhm. Ja. Geil. Da freue ich mich. Den Song feiere ich auf jeden Fall. Doch. Sehr gut, sehr gut. Dann die letzten Worte gehören dir, Fordi. Es freut mich, dass ich hier sein konnte, wie immer. Bei dem guten Herr. Da macht es mir immer am meisten Spaß. Er spricht geile Themen an. Danke, dass ihr zugeguckt habt bis zum Ende. Und checkt das Tape ab. Checkt die kommenden Projekte ab. Und wir sehen uns bald. Peace. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Fordi. Ich war hier bei Deutschrap Ideal. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende geguckt habt. Checkt mein Tape. Love is for sale. Kommt auf die Clubshows. Kommt vorbei. Checkt meine Seite ab. Und abonniert den Kanal. und abonniert den Kanal. Und abonniert den Kanal. Und abonniert den Kanal.